ja liebe freunde ich hatte euch ja zugesichert ein weiteres video zu machen in dem ich dann beide verstärker mal miteinander vergleichen möchte im punkto leistung ganz klar liegt er hier auf jeden fall ziemlich weit vorne denn er hat 2 x 68 watt und der klass a verstärker der liegt lediglich bei 2 x 10 watt gut auf die leistung soll es jetzt aber nicht ankommen sondern wir wollen dann klangvergleich machen ja jetzt ist es so dass der verstärker hier der neue also der nordzugang der mit dem schönen plexiglas und dem schönen inleben ja keine richtige bezeichnung hat wenn wir uns mal die front hier anschauen dann können wir nichts ablesen lediglich weiß ich ja dass das hier ein ic verstärker ist und das hier ist ja ein transistor verstärker in der klass a technik und insofern möchte ich mich bei dem gerät auf ic verstärker mit euch verständigen und den her nenne ich einfach klass a verstärker ja ic der ic oder das ic ich glaube da streiten sich die geister die ein sagen dies die anderen sagen dass nominativ sagt man glaube ich der ic und deswegen möchte ich mich auch darauf verständigen der ic lm 4780 der hier verbaut ist beinhaltet im grunde genommen zweimal den lm 38 86 heißt er glaube ich also der ist zweimal in dem gerät verbaut also zweimal in dem chip verbaut und das macht das gerät klanglich natürlich nicht so viel anders als der chip lm wie heißt er noch gleich 38 86 also daher dürften sie klang nicht so in etwa gleich sein dadurch dass aber hier zweimal der gleiche chip verbaut ist und das ganze sich dann lm 4780 nennt haben wir dadurch eine größere bauform eine bessere wärme ableitung und letztlich ist auch das gerät impendanz unkritischer das heißt der verstärker mit dem chip 4780 verträgt also geringere impendanzen ohne dass das gerät gleich in die knie geht das ist also wesentlicher vorteil von diesem lm 4780 ne es resultiert daher dass der zweimal 38 86 chip als 4780 bezeichnet dadurch eine doppelte impendanz hat und eben dadurch halt was niedrige impendanzen angeht unkritischer ist aber beide chips also der 38 86 sowohl als auch der 4780 beinhalten beide den gleichen silizium kern also der gleiche silizium chip ist in beiden chips verbaut insofern ist der unterschied also klang nicht wie schon sagte halt äußerst minimal ja wir hatten uns das gerät schon angeschaut wenn ich das noch einmal zeigen davon hier oben es ist ja so dass da wirklich relativ wenig elektronik verbaut ist es toll schon ein bisschen hinweg weil der chip dieser lm 4780 der hier unten halt sitzt zwischen ich sag mal oder unterhalb der kleinen vier weißen kondensatoren der beinhaltet schon so viele schaltkreise das ist im prinzip schon eine eigene platine für sich die halt in einem gehäuse integriert ist und das ganze sich halt als schlip bezeichnet oder ic und dadurch ist es augenscheinlich halt relativ leer in diesem gerät aber wir haben hier kurze signalwege und das kommt natürlich dem klang aus dem stück weit zugute denn kurze signalwege bedeuten ja auch geringe verluste ja meine kleine musikauswahl nachher die muss ich wirklich etwas eingrenzen denn es ist ja immer so leidiges thema musik auf youtube da gibt es ja urheberrechtsverletzungen und da muss man sich halt auf die musik versteifen die halt immer frei ist wo es also keine 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 wie soll ich sagen keine rechte an diesen musikstücken gibt so dass ich die also frei abspielen kann ohne dass ich da irgendwie eingegrenzt und zensiert werde ich habe aber ein paar stücke gefunden die werde ich gleich mal antesten ich werde dann halt immer wieder mal umschalten zwischen dem einen und dem anderen gerät und vorher gleich beides noch im pegel aufeinander ab so dass wir da keine lautstärke unterschiede haben denn in der regel ist es ja so der verstärker der halt das höhere ausgangssignal hat klingt in der regel auch immer besser deswegen müssen wir da schon wirklich vorsicht walten lassen und die pegel beider geräte penibel aufeinander abgleichen ich habe dafür ein akustisches mess mikrofon ich werde an der stelle wo halt sich das aufnahmemikrofon befindet dem pegel beider verstärker genau angleichen und dann haben wir die möglichkeit zumindest theoretisch dass über das youtube video vielleicht auch ein wenig wahrzunehmen sofern die unterschiede groß genug sind und das mikrofon das aufnahmemikrofon gut genug ist warten wir es ab schauen wir mal ja bevor wir gleich zum klangvergleich kommen zwischen den beiden endstufen möchte ich eine frage beantworten die immer wieder aufkommt wie hoch ist der stromverbrauch ich gehe davon aus dass der john isley hood einen höheren verbrauch hat weil das ein reiner class a verstärker ist der hat einen ziemlich hohen ruhestrom wenn wir gerade mal schauen wollen 41,4 41,5 watt so das ist ohne last der hängt jetzt gar nichts dran und das ist rein eingeschaltet im ruhestrom gut dann kommen wir jetzt zu dem ic verstärker das ist ja der audiophile konkurrent zu dem class a verstärker den ich gerade gemessen habe hier haben wir durch das schaltungsprinzip ab natürlich ein geringeren verbrauch ganz klar der ruhestrom der liegt hier bei einem verbrauch von 9,6 9,7 watt das ist äußerst gering ja das sind fast 30 watt weniger als der class a verstärker zieht meine befürchtung war ja dass sich die wärme hier unter der plexiglasscheibe staut und dass sich das gerät dadurch sehr innerlich aufheizt und möglicherweise dann irgendwann auch zerlegt ist nicht gegeben glücklicherweise denn selbst nach zwei Stunden spielzeit und 80 prozent last wie der bodendeckel oder das bodenblech waren gerade nur etwas mehr als handwarm das heißt großartige temperaturentwicklung haben wir innerhalb des gerätes nicht und das ist schon mal sehr erfreulich also zumindest in der kategorie stromverbrauch da liegt der hier schon mal mit der nasen deutlich vorn gut als quelle dient hier ein media player der wird versorgt durch einen speicherstick über usb als lautsprecher boxen sind sie kleinen piccolinos die serie 2 die machen sich außerordentlich gut die bringen auch die details sehr gut zum vorschein und harmonieren auch bestens mit beiden verstärkern deswegen soll das von mir gerade genannte das equipment sein das ist schon mal eine Strecke die gesendung ist die in der kategorie sind sie Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020